Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Buschbohnen umtopft oder Bohnen auch ganz allgemein. Diese Bohnen sind jetzt etwa zweieinhalb Wochen alt und man sieht, sie sind sehr schön gewachsen. Drei Bohnen habe ich eingepflanzt, drei sind auch gekommen. Drei Stück auf einmal, das war dann die Horstsaat. Bohnen stehen normalerweise auf sehr lockerem Boden und haben da schlecht Halt und das kann man dann ganz gut mit so einer Horstsaat, das heißt eben drei Bohnen auf einmal, die sich dann gegenseitig im Wachstum mit ihren Wurzeln stabilisieren, aussetzen. Das heißt, an dieser Stelle werden wir dann auch nicht mehr pikieren, sondern die Bohnen, so wie sie jetzt sind, eben umsetzen. Bohnen bilden so kleine, ja, nennt sich Knöllchenbakterien, die nehmen selber Nährstoffe, Stickstoffe aus der Luft heraus auf und sind dementsprechend auch relativ entspannt, was das Düngen angeht. Ich habe jetzt hier trotzdem Gemüseerde genommen, aber werde dann jetzt auch nicht weiter gießen. Um jetzt umzutopfen, graben wir ein entsprechendes Loch und hier bietet es sich dann eben gerade auch bei so einer Horstsaat tatsächlich ganz gut an, wenn ihr mit diesen kleinen Anzuchttöpfchen arbeitet. Die kann man gut aufmachen, aber danach bleibt alles relativ stabil. Jetzt könnt ihr euch überlegen, man könnte es auch alles gemeinsam einpflanzen, aber müsste eigentlich so ganz gut gehen, ja, das funktioniert. Jetzt haben wir hier drei Bohnen, die alle schön miteinander verknotet sind, setzen sie ein und dann ist das Umtopfen eigentlich auch schon wieder geschafft. Was noch fehlt, ist natürlich das Angießen. Das machen wir natürlich immer bei jedem Umtopfen und dann, ja, kann die Bohnen jetzt mal wieder weiter wachsen. Die Buschbohnen braucht, um zu wachsen, relativ viel Sonne. Halbschattiger Standort geht auch. Sie sollte aber in jedem Fall immer schön gut gegossen sein. Sie mag auf jeden Fall keine Trockenheit und sie mag auch überhaupt gar keinen kalten Boden. Das heißt, bis es dann irgendwann nach den eisheiligen Mittel Mai richtig warm geworden ist, solltet ihr die Pflanze auch auf jeden Fall immer mit wieder in die Wohnung nehmen über Nacht, damit sie eben nachts keine kalten Füße bekommt.